Musik 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 Die Psychodrama-Ausrichtung an die humanistische Psychologie hat dazu geführt, dass wir damit eine neue Psychotherapie-Richtung etabliert haben. Musik Das heißt, es gibt die Psychoanalyse, die Verhaltenstherapie und nun als drittes die humanistische Psychologie. Musik Und nun gibt es Psychoanalyse, die Verhaltenstherapie und die humanistische Psychologie, die dritte große Herausforderung. Musik Die humanistische Psychologie gehört also klassisch die Speich-Psychotherapie von Rogers. Musik Musik Und das Psychodrama, was von Jakob Clevi Moreno gegründet worden ist, ist ursprünglich mit einer eigenen Theorie versehen gewesen, die man nicht der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie zurechnen konnte. Musik Moreno hatte ursprünglich den Gedanken, sich gegen die Psychoanalyse abzusetzen. Er dachte, dass die Psychoanalyse eine tote Methode ist. Der Patient liegt auf einer Couch. Er bewegt sich nicht. Der Therapeut sitzt hinter dem Patienten und sagt nichts. Und auch nichts zu sagen. Moreno sagt, wir müssen den Patienten in eine Szene bringen, in ein lebendiges Geschehen. Und Moreno sagt, wir müssen den Patienten in eine живende Situation, in eine живende Szene. Und der Therapeut ist jemand, der dem Patienten begegnet als Person. Und entscheidend ist, dass die Therapie in einer Gruppe passiert. Und die Gruppenmitglieder beide Therapien behilflich sein können. Und die Mitglieder der Gruppe konnten, dass die Mitglieder der Therapie helfen. Moreno hat also mit einem Patienten in einer Gruppe gearbeitet. Moreno hat also mit einem Patienten in einer Gruppe gearbeitet. Das ist klassische Psychodrama. Der Patient wird in der Gruppe mit Hilfe der Gruppenmitglieder behandelt. Der Patient hat mir nicht so gut zugesagt. Weil ich feststellte, dass der Patient immer ein Teil der Gruppe ist. Die Geschichte, die er erzählt in der Gruppe, ist eine Geschichte für diese Gruppe. Seine Darstellung seines Problems ist sehr stark definiert durch die Gruppe, in der er dieses Problem darstellt. Auch der Therapeut in der Gruppe nimmt starken Einfluss auf das Problem. Das heißt, im klassischen Psychodrama ist das Setting Psychiater, Patient. Und in dem humanistischen Psychodrama gibt es eine Gruppe. Alle haben Themen, Probleme, und alle haben eine unterschiedliche Entwicklung mit ihren Problemen und Themen. Der Therapeut hat sich sehr lange damit beschäftigt, wie man Probleme verändern kann und bearbeiten kann. Er ist ein primus inter pares. Das heißt, er ist der erste Untergleichen. Auch der Therapeut hat Probleme. Auch der Therapeut hat Probleme. Aber sie sind nicht so groß und nicht so intensiv und kravierend. Sie sind nicht so intensiv und kravierend. Die Gruppe ist also ein demokratisches Bild. Alle sind eigentlich gleichberechtigt. Die Gruppe versuchen demokratisch zu machen, alle sind in dieser Gruppe, alle sind in dieser Gruppe. Alle sind in dieser Gruppe, alle sind in dieser Gruppe, alle haben Probleme, alle haben eine Nutzung und eine sehr wichtige Frage. Einer hilft dem anderen. Und alle helfen uns. Und es gibt eben Gruppenmitglieder, die sind schon sehr entwickelt, sehr weit in der Bearbeitung von Problemen, im Umgang mit Problemen. Es gibt solche Gruppen, die schon intensiv sind, in der Regel auf ihre Probleme, um ihre Situation zu beschäftigen. Sie sind reflektierter, können besser über Probleme nachdenken. Diese Menschen haben eine eher intensivere Reflexie und können gut seine Probleme formulieren und darüber sprechen. Der Blickwinkel ist breiter. Sie haben bei Problemen einen besseren Überblick. Sie sind nicht so hilflos. Sie sind nicht so hilflos. Und es gibt Patienten in der Gruppe, Mitglieder in der Gruppe, die dort nicht so weiterentwickelt sind. Und in любой Gruppe gibt es Patienten, die nicht so hilflos sind in der Arbeit mit seinen Problemen und in der Erinnerung dieser Probleme. Jeder stellt seine Möglichkeiten den anderen zur Verfügung. Der Therapeut stellt sich auch zur Verfügung. Deshalb ist das humanistische Psychodrama sehr stark auf die Gruppe als Ganzes bezogen. Und so ist die Gruppe als Ganzes bezogen. Und so ist die Gruppe als Ganzes bezogen. Und so ist die Gruppe als Ganzes bezogen. Untertitelung des ZDF, 2020